hallo zusammen heute geht es um das thema autoladegeräte und dabei geben heute man ganz besonders gutes und günstiges autoladegerät durch was sie mit zahlreichen intelligenten funktionen daher kommt und die wirklich sehr kompakte abmaße bietet und da wollen uns heute mal das noco genius 5 autoladegerät uns anschauen wie ihr schon sehen könnt es ist wirklich super klein sehr handlich lässt sich sehr einfach bedienen hat zahlreichen intelligente funktionen mit dabei und eine sehr schöne anzeige die hier wirklich alles klar ersichtlich darstellt das genau immer durch mit den vorteilen mit den technischen daten und werden zum schluss auch ein kleines fazit davon ziehen was interesse habt an diesem autoladegerät zu diesem sehr guten und günstigen preis klickt man unten auf den link in der video beschreibung dort kommt direkt zur produktseite wo sie mit abstand den besten und günstigsten preis davon gibt da würde ich sagen starten wir durch verfangen direkt an und gucken uns mal dieses autoladegerät im detail mal an also sieht praktisch so aus das genius 5 und es gibt auch zahlreiche weitere modelle davon ist wirklich sehr kompakt ist sehr handlich hier schon sehen können und eignet sich sehr gut für zahlreiche andere autobatterien agm batterien 6 volt 12 volt und co also gibt es genügend auswahl ist einfach zu bedienen einfach anschließend es gibt die praktischen knopf dann startet es auch schon es gibt der über lade schutzfunktionen verpolung schutzfunktion jetzt gehen wir kurz weiter auf technischen daten also schauen wir uns jetzt hier mal das noco genius 5 ladegerät uns hier an ein sehr smartes batterieladegerät was auch hier zu einem sehr guten preis zu haben ist 84 euro 380 hier bei louis oder bei amazon gibt es ebenfalls für den gleichen preis wenn ich sogar etwas günstiger also schaut hier die links in der video beschreibung an dort ist es verlinkt dort kommt ihr direkt zum günstigsten und besten bereisen könnt es euch hier mal direkt durch näher anschauen und dann ebenfalls direkt bestellen gehen was war kurz durch die abmessungen sind sehr kompakt wir schon sehen können und es auch hier wirklich super super übersichtlich ich gehe gerade mal hin wir haben hier packt aus und verschlusssystem da könnt ihr zum beispiel irgendwo anbringen irgendwo fixieren und hier wird es dann einfach direkt neben der autobatterie gelegt und könnt ihr dann laden also die abmaße ist super kompakt deswegen auch hier wirklich ein richtiger bestseller auf amazon und weiteren plattformen wo das ist hier wirklich super simpel hier noch mal das komplette set was hier dabei ist also wir haben hier ganz klassisches ladekabel mit den praktisch beiden enden für die batterie und wir haben das ladegerät an sich und so eine halterung also das ist schon mal sehr gut gehen wir mal kurz hier die wichtigsten technischen details mal durch hier noch mal praktisch das smarte batterieladegerät das kann hier 6 volt sowie 12 volt akkus aufladen wir gehen mal direkt auf die technischen daten drauf ausgangsspannung maximal 75 watt lade strom 5 ampere bei 12 volt und 5 ampere auch bei 6 volt betriebstemperatur von minus 20 bis 40 grad können das auch hier mal im außenbereich im winter zum beispiel dann auch einfach liegen lassen einfach jede batterie aufladen das macht praktisch gar nichts aus es gibt niedrig volt erkennung bei 1 volt bei 12 volt batterien und bei 1 volt bei 6 volt batterien es gibt hier rückentlade strom batterie kapazität ihr könnt bis zu 120 ampere stunden batterien aufladen und hier noch mal die abmessung und das gewicht von grad mal 0,6 kilogramm jemand aus die weiteren funktionen 1 gibt integrierten schwefelungs modus also hier perfekt für korridierende batterien beim integrierten temperatursensor der checkt die umgebungstemperatur und reguliert praktisch auch den ladevorgang erlaubt das aufladen bei jeder witterung es ist 24 7 fähig also kann rund um die uhr angeschlossen und betrieben werden ohne zu überladen kehrt automatisch zum letzten gewählten modus zurück das speistert sich also praktische den letzten lademodus es gibt batterie klemmen mit dabei wir haben die verringerte wärmeentwicklung abnehmbare integrierte öse und auch sonst sieht es hier gut aus hier normaler lieferumfang also wie schon sehen könnt ist ja das dabei und ihr könnt auch hier zubehörartikel kaufen für wenig geld also das ist ja auch sehr gut gemacht also top gerät wir gehen auch was auf die bewertungen drauf auch hier 4,8 sterne von fünf sterne ist wirklich ein top teil tut was es soll und auch sonst sieht es hier gut aus ich kann es euch nun wärmstens empfehlen wirklich ein toller hersteller und das batterieladegerät und ich werde es euch auch hier in der video beschreibung verliegen also schaut mal rein und klickt man jetzt direkt auf den link hier drauf so da gehen wir abschließend noch mal die wichtigsten vorteile durch und ziehen ein kleines fazit von diesem ladegerät und zwar mal zum einmal hier einen sehr guten preis in intelligentes lade geben temperaturkompensation es gibt ein batterie pflege modus und eine agm option also ein top teil zu einem sehr fairen preis schaut euch mal an da würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen klickt man unten auf die links drauf und dann sehen wir uns auch beim nächsten mal wieder also bis bald und dann sehen wir uns auch beim nächsten mal wieder